Outlook-Datendateien oder auch PST-Dateien können erzeugt und als externe Datensicherungsdatei genutzt werden. Hallo und willkommen zu den Outlook 2013 Tutorials. Ich habe hier Exchange-Konten eingebunden und ich möchte vielleicht meine Mails extern archivieren. Ich möchte mir Sicherungskopien auf den USB-Stick oder ins Firmennetz legen. Oder vielleicht möchte ich auch, dass ein Kollege mit diesen Kopien dieser Mails arbeitet. Der soll keinen Zugriff auf meine Mails bekommen, sondern Kopien hier bekommen. Dafür lege ich mir eine PST-Datei an. PST für Personal Store. Da gilt das Highlander-Prinzip. Es kann immer nur einen geben, der damit gleichzeitig verbunden ist. Es gibt aber Tools, die das auch für gemeinsame Nutzung öffnen. Ich lege so eine PST an über Start. Neue Elemente, Weitere Elemente, Outlook-Datendatei. Klick. Und hier wähle ich mir jetzt einen Dateinamen. Wie soll das Archiv heißen? Zum Beispiel möchte ich mein Archiv 2013 Quartal 1 Archiv fertig machen. Vor allem Mails bis März. Klicke auf OK. Und dieses Archiv wird mir nun hier auf der linken Seite irgendwo angezeigt, hier unten. Dieses Archiv kommt mit einem Suchordner, mit einem Müllkorb. Und hier kann ich Mails auch rein speichern. Und hier kann ich ganz normal E-Mail unter Ordner anlegen. Das heißt, ich kann auf Ordner klicken. Neuer Ordner. Ich könnte das alte E-Mails nennen. Und da kann ich dann Mails hinein kopieren oder auch natürlich speichern. Ich mache das hier mal zu. Das heißt, ich schnappe mir hier oben eine Mail. Ja, und greife die mal mit der rechten Maustaste, mit der rechten, fahre hier runter, runter, runter. So, ich hätte natürlich auch mehrere markieren können. Und lasse die jetzt in den Ordner hier fallen. Und mit Rechtsfrag da verschieben oder kopieren. Ich klicke kopieren, sonst hätte er sie verschoben. Und dann klicke ich hier drauf und da ist eine Kopie dieser Mail drin. So, diesen Ordner, dieses PST-Archiv, Outlook-Daten-Datei, das kann ich auch immer schließen. Ich muss also nicht immer damit verbunden sein. Ja, also man kann es zumachen und man kann es ganz leicht wieder aufmachen mit Datei, öffnen. Wo haben wir es? Öffnen und exportieren. Hier steht Outlook-Daten-Datei öffnen. Ich klicke drauf und dann verbindet er sich hier mit meinem Q1. Ich klicke auf Öffnen und dann habe ich schon wieder unten hier meine Outlook-Daten-Datei. Die kann ich auch mit der Maus höher schieben. Ich kann die Reihenfolge von Postfächern und PST-Dateien ändern. So, jetzt komme ich da ein bisschen leichter ran. Das heißt, ich kann hier ganz schnell auch eine Mail verschieben. Ich nehme mal diese Mail hier mit der Maus links gedrückt, hier rübergezogen, aufgeklappt, zack, drauf und jetzt ist sie hier weg. Jetzt habe ich sie hier extern archiviert. Vielleicht möchte ich Mails nicht löschen, sondern so aufbewahren. Also, PSTs darf es mehrere geben. Man kann die auch umbenennen, rechte Maustaste. Dort steht Daten-Datei-Eigenschaften und hier steht der Name, aber hier oben kann ich ihn nicht umbenennen. Man muss hier auf Erweitert klicken. Erweitert. Da klicke ich drauf, Erweitert und hier kann ich die ändern. Da kann ich zum Beispiel Q01, gut, gibt es, oder Bindestrich 1, es gibt ja kein, es gibt ja nur vier. Ja, und hier kann ich auch ein Kennwort eintragen. Das heißt, jedes Mal, wenn mein Outlook startet, ich tippe mal hier neues Kennwort, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, jetzt kennt er mein Kennwort. Ich kann das hier eingeben, klicke auf OK, das Kennwort. Und jedes Mal, wenn ich Outlook starte, ich mache jetzt Outlook neu auf, fragt der sofort nach dem Kennwort. Und wenn ich das nicht richtig eingebe, macht er halt die PST-Datei auch nicht auf. So, also, wenn ich die Datei nicht permanent mit öffnen möchte, einfach rechte Maustaste drauf und das Ganze schließen. Es lassen sich hier auch mit rechter Maustaste immer neue Ordner anlegen. Man kann hier mit Datendateieigenschaften die Kennwörter und den Namen des Archivs verändern. Ich würde so ein Archiv, wenn ins Netz, nicht auf eine Dropbox oder auf ein SkyDrive-Konto legen. Ich weiß nicht, wie er damit umgeht, wenn man nur eine Mail rein speichert, weil er ja auch lokale Kopien dann immer hält. Der hält dann eine lokale Kopie und eine im Netz und will die immer synchronisieren. Und diese Archive, die dürfen nämlich bis zu 20 GB groß werden. Also diese Archive können ganz schön massig werden und ich glaube, dann könnte es mit so einer PST ganz schön Stress geben. Im nächsten Video werde ich zeigen, wie ich dieses Archiv zusammen mit jemand anderes abwechselnd nutze und wie das dann aussieht, wenn jemand anders den Gebrauch hat. Soweit, viel Spaß damit, bis zum nächsten Video.